Wenn gut, bin ich geschmackt. Nein, das ist wirklich so. Eigentlich ist Sushi ein absolutes Finger. Wir würden Fingern essen. Im Restaurant sieht man es aber allerdings nicht so gerne. Das heißt, ich zeige euch mal kurz, wie es geht. Wer es nicht kann. Das Sushi sieht bei uns anders aus. Es sind alles verschiedene Farben. Ich drehe den Daumen und drehe ihn so ein bisschen nach oben. Dann halte ich das nur noch fest. Dann liegt der Daumen und Zeigefinger da oben dran. Der liegt dann auch relativ fest. Passiert nicht wirklich viel mit. Dann habe ich immer noch Daumen und Zeigefinger frei. Dann ist Daumen und Zeigefinger frei. Und da wird der zweite Stückchen eingeschreibelegt, wie bei dem Kugelschreiber. Kugelschreiber kennt ihr ja alle. Echt? Und dann könnt ihr das so. Wie gesagt, der untere ist immer fest. Der untere bewegt sich eigentlich gar nicht, man bewegt nur den oberen. Das ist so die erste Grundhaltung. Wenn es mit zwei Fingern nicht geht, kann man es auch ein bisschen tauschen. Man kann halt den Ringfinger nehmen und hat dann Mittelfinger und Zeigefinger oben. Und das kann ich nicht. Aber wie gesagt, sonst kann ich mit Finger essen. Komm, 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 komm. Wir haben jetzt die Anrufe. Wir haben jetzt die Anrufe. Wollen wir jetzt die Anrufe? Wir haben ja alle drei. Wir haben es jetzt hier angehen. Wir haben ja alle drei. Können wir jetzt hier angekommen. Ja, komm, dann kommen wir auf. Vielen Dank.